Hey, hey, halli, hallo Leute und willkommen hier zu diesem Video, ja ihr hört es im Hintergrund schon, da lacht was, und zwar Trollface Crest, so heißt es im Spiel. Wurde mir in den Kommentaren geschrieben von dem lieben Skyrider und ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Ich habe es in einem Abend schon ein bisschen angespielt, aber nicht komplett, weil ich mir nicht alles nehmen wollte. Es gibt mehrere Teile davon, das ist kostenlos zu spielen im Browser, der Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Nicht wundern, ich kann leider das Bild nicht größer machen, selbst wenn ich F11 drücke, dann passiert nichts, deswegen habe ich es ein bisschen rangezoomt. Startgame. Also. Genau, ich muss jetzt den PC aus, äh, den, den, PC. Der lacht auch. Ich muss jetzt den Fernseher ausmachen, um zum nächsten Level zu kommen. Ich kenne das Level schon, normalerweise, wenn man jetzt so denkt, hä, ja, gut, dann nehme ich jetzt Rot. Ah, verkackt. Na, boh. Nehme ich jetzt Blau. Ah. Okay, dann muss es doch nur noch Grün sein. Falsch. Ganz einfach, Leute. Wir drücken auf den Knopf. So, ein paar Level habe ich leider schon gespielt, das heißt, ich kenne mich mit denen aus. Deswegen, klub, klub. Entschuldigung, was ich jetzt so vornehme. Okay, warte mal, da beiß ich, ach doch. So. So. Uh. Okay. Also. Ich kann ja so ein bisschen, wenn ich jetzt hier so mache. Gas. Ach du Scheiße, ich verrecke. Aber wir können hier draufklicken. Und haben gleich eine Gasmaske. Wir haben, wie seit ein paar Level habe ich gespielt. Äh. Oh mein Gott, wie war denn das nochmal? So war das. Genau. So. Oh. Oh, da bin ich jetzt irritiert. Warte mal, muss ich da nicht doch... Ach so, genau. Oh, nein, 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 nein. So. Äh. Alter. Drolls, so. Okay. Ähm. Wie auch immer, warum ich jetzt einfach plattgemacht wurde, habe ich keine Ahnung. Das verstehe ich jetzt nicht. Den einen Abend habe ich das richtig gut geschafft. Ich bin mir gerade nicht sicher. Den einen Abend habe ich das geschafft. Ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach auf das Rad geklickt. Hä? Okay, jetzt bin ich wirklich irritiert. Okay, ich habe es geschafft. Juhu. Äh. Da muss ich jetzt mal gucken. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay, einfach vorbeigehen. Okay. Okay. Nee. Click ten times. Okay, hier bin ich jetzt... Hier war ich nicht mehr. Click ten times to troll face. Das ist das troll face. Das ist das troll face. Da kommt kein... Warte mal. Ich klicke mal hier drauf. Ja! Okay. Äh. Kann ich gehen? 50, 50. Scheiße. Telefon. Okay. Okay, ich kann ihn nur runterschmeißen. Oh, stopp. Ah, scheiß. Warte mal. Win. Yeah. Geil. Äh. Hä? Aber warte mal. Was war denn das gerade? Oh, no, 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 no. Die Musik ist ja geil. Restart. Okay, warte. Vorsichtig. Warum geht das nicht? Hä? Was ist denn jetzt das Problem? Das bestimmt mit Absicht. Ah. Zah. Die sind ja Schlawinskis. Ah, okay. Jetzt muss ich hier hin und her fahren. Feuer, Feuer, Feuer. Uah. Also nochmal. Oh, das... Das macht sogar quietsch, quietsch. Ähm. Nein, 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 nein. Das bringt nichts. Warum bringt das nichts? Okay, runter, hoch. Vielleicht habe ich auch... Vielleicht muss ich da auch wieder runter. Warte, erstmal... Ah, ich wollte mich gerade sagen. Nicht feuern. Äh. Ähm. Äh. Scheiße. 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 Das bringt mir nichts. Ähm. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ähm. Ähm. Wie war die weiter? Puh. Ja, warum hätte ich das geschafft? Ich mach mal lieber hier. Wie vorhin. 100 times. Ja, wie oft soll ich da jetzt drücken? Ich muss ja jetzt nicht 100 mal drauf gucken, oder? Na los. Na los. Na los. Ich mach jetzt einfach mal. Ich klicke gerade mit meiner linken Hand. Alter. Noch mal mit der linken Hand. Machen wir langsam. Das ist gemein. Ha. Haha. Merke ich mir. Äh. Tod. 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 Nein, ich wollte nichts trinken. Nein. Was? Was? Ich will nichts trinken. Ich kenne. Ich weiß nicht. Ich will nie. Ich will neue Schafen. Oh, oh. Ich will. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn das? Was ist denn? Oh. Was ist denn? Oben war halt was in der Ecke. Ha! Ha ha! Ha 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 ha! So! Okay. Äh, egal. Aber auf jeden Fall, das langsam läuft die Zeit ab. Deswegen, das war es jetzt auf jeden Fall von der heutigen Folge. Hier von dem Spiel, ich hab den Namen vergessen. Trollface Crest, so heißt das Spiel. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Morgen wird es wahrscheinlich wieder Happy Wheels geben oder aga.to um 14 Uhr. Und ich wünsche euch heute viel Spaß mit der finalen Folge von Titan. Bei mir konnte ich es leider nicht gestern hochladen, weil es kein Problem gab. Ihr werdet es in der Folge sehen. Ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall weiterhin. Macht's gut. Auf Wiedergeschauen.